Also dann treffen wir uns noch mal und sag ich mal Dankeschön. Vielen Dank. Wie geht's, Aron? Oh, es geht gut. Anna, wie geht's? Gut? Gut, ja. Gut, ja. Gut, ja. I wonder if he's actually playing something, or he's improvising. Feels like he's improvising. We'll be right back. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020